Junge, Mensch, sauf oder nur in Verbindung mit Tramadol. Das ist ja klar. Tramadol macht auch noch mal. Das ist auch mega gut bei Erkältung und fühlst du dich voll gut. Nein, ich glaube bei Facebook. Guck mal auf Facebook. Ah, kann ich, oh nö, Rahm und so. Das ist ja klar. 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 Komm, eine Runde, Tilt. Wohin wollen wir jetzt? Da wird's abgehen, Aldo. Da lasst ab Paradise. Ja, komm. Da geht's ja noch mehr ab. Ja. Ja. Oh, das ist direkt Pump. Ja, genau, er drückt mir den Headshot auf. Ja, er finisht. Du Fotze, Alter. Du dreckige Muschen. Ja, ich hätt' den gehabt, aber ich hab' keine Dings-Money mehr. Ey, ich brauch' irgendeine Waffen-Munition, wo was drin ist. Komm schon, komm schon, komm schon. Ghost shot so nuts. Mike? Ja, wo ist Mike hin? Ja, nein, nein, nein. Ja, nein, nein. Ja, nein, nein, nein. Ja. Ja, okay, gut. Ja, nein, 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 nein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe noch eine Mini für jemanden. Ja, ich kann auch mal mit. 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 Okay, dann komme ich. Wo? Ja, ich kann auch. Ja, ich kann auch mal mit. Ja, ich kann auch mit. Ja, ich kann auch mit. Ja, ich kann auch mal 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 mit. Ja, ich kann auch 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 mit. Ja. 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 Ja, ja. 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 auch ein Spinn-Tot wenn man ergeben es nicht wollen ich habe es nicht gesehen ist der hat gefinished ja mag ich hab den Taktakt Wieviel Pumpmonie hast du Marc? 17 Ich hab 11 also Der andere hat 65 Ames, Grey, Boss Pump Money Pump Ammo heißt das Pump Ammo, 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 Ammo Ja, schön für dich Du bist halt einfach viel zu lauter Vogel Ach, deswegen, ich setz mich da auch nicht gerne drauf Weil es viel zu laut ist Ich geh mal hoch auf den Bergmark Flugzeug Hey, ich bin nach dem nächsten Game wahrscheinlich erst mal essen Danach komme ich aber wieder für den Blutsch Ah, Flugzeug ist abgeschlossen worden Hast du gehört? Marc, komm hoch Hallo, habt ihr gehört? Was? Nach dem Game bin ich wahrscheinlich erst mal essen und danach und danach rückse ich dann noch kraft Also auch nur Gegner ja du bist ja nach essen ja und nach dem nächsten game dann aber danach würde ich wo ist mein kill ich bin voll mit wasser mark post irgendwas an munition da baut einer vor uns hoch die fangen wir schön abkommt so 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 ich bin einfach ein gott mit dem und weiter noch zonen hinten an der zonen direkt los macht es ein anderer Ja. Nein, holen sie! Der ist hier unten bei mir! Drei Stück, Alter! So. Und mehrere davon sind One-Shot. Findest du gleich. Pass auf, sie haben da irgendwo ein Geschütz geprägt. Fertig. 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 so wollen keine ohne das wird das Ich bin jetzt Ich bin jetzt Ich bin jetzt Ich bin jetzt wenn wir im tüte dann muss ich dir ab ich mache es auch nicht ich habe es auch direkt heruntergeschmissen ich esse glaube ich dann auch noch was ich habe einen Schlacht und Busfahrer danken dann hat er geschrieben ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung der Markt wie der alte der auf Testo da hat er auch nicht die Stopp er auch keine Spiegel nicht und jahrelang ist gesichert schoss bei ein gm am jahrs geht mehr ein bisschen kein bei der belegung der europa beim berlin bei der lehrung der belegung das sind die benkehren durchkommst amort get me ach halt die schnauze ich hab die akimbo waffe hab keine waffe her wir haben mit dem e-mail port sie und die stil betrachten wotth wotth facken problem drei stück oh, you noob, you die im kack verdrschiger i have friends, you know not my name is albert motherfucker MOTHERFUCKER Dann hab ich 13 braucht man ne? 13 Herausforderungen Ja und 13 brauchst du Ja ja ich hab 13 jetzt gleich nach dem Match Ist schon irgendwas geleakt worden von dem Battle Pass? Mh mh Drück mal ready Leider noch nicht Es wird jetzt auch noch dauern wieviel Tage haben wir jetzt noch? Wir haben noch 5 Tage Ich denke dass morgen vielleicht die ersten Leaks eintrudeln oder Sonntag Samstag oder Sonntag Also die ersten der erste Trailer halt oder halt Vorschau Bild Teaser Teaserbild kriegen wir oder wir kriegen den Trailer kriegen wir erst nach dem 3. Teaserbild Hm Vielleicht kriegen wir jetzt mal so nen Ork Skin Ich hab Bock auf so nen WoW mäßigen Skin irgendwie Ja so wie ein Ork so Ein grünen Ork Voll cool Tauren oder sowas Wir spielen Ja Dann bin ich auch voll Bock Ja Nein, wir gehen in Big Ben, Glockenturmhaus. Da hinten. Da hinten. Da komm ich mit dem Butter. Oh, ich geh fake, ey. Oh, wieviel Leute fliegen denn? Ich bin nicht verarscht. Einer ist auf dem Dach, Mike. Jetzt mal einen Schotten. Einer da oben. Einer da oben. Einer da oben. Nein, ne falle, also raus 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 raus! Hier ist einer. Der kommt so zu mir Alter, direkt am Eingang, Mann Der Nägel, der drin ist Alles klar, Leute Was ist los mit euch? Ich hab das nicht gesehen, dass er... Ich hab gedacht, die wär da drinne Etwas weiter drinne Nee, gleich am Eingang Mark holen wir, der finischt uns Nein, ich komm hoch Mark Ja, hallo, Junge Ich hab doch hier selber keinen Fight gehabt Ja, komm, und tot Ich lebe noch Tilted, I love you Ja, ey, ich bin jetzt mal Sag mal, ist das nur eine Verlängerung Oder kriegt man den auch, wenn man den einen gar nicht gekriegt gehabt hat Die? Was meinst du? Ja, ich hab den dieses Season nicht gehabt Heißt das dann Dass ich den Season 8 auch nicht hab Oder kriegt man den dann umsonst dazu? Ja, meinst du den... Du hast den Battle Pass jetzt bekommen? Nein, den für... Der ist mich verarscht und ich hab gesagt, den für die Season 7 hab ich nicht Und der andere, da steht ja Verlängerung Ja Ja Habe ich den denn in Season 8, obwohl ich den Season 7 nicht hatte? Ja Ja, du kriegst den Season 8 gratis, wenn du die Aufgaben machst Ich hab den noch nicht voll Leider Es gibt die fünfte Stufe von dem, ne? Habe ich doch schon Gibt doch noch... Ja, sechste glaube ich auch noch, oder? Ja Nein He Er hat... 4 Stufen Okay Mehr hat er nicht Leider Gottes Ja Ich hab LOL Railing Was ist? Das Rott sagt LOL Schuhe, ich bringe ein Flugzeug mit Lass uns schreit die m war der mit dem schwarzen Ritterschilder enthält sich getötet hat der hat mit Sicherheit bei einem Freund gespielt oder so oder einfach nur Hauptsache wenn er passt wahrscheinlich durchgekauft und dann zehn Wochen nicht gespielt der Grundmann der blaue Papen ja die hol ich mir weiter das war dann spring da hinten und eine kiste mit nicht 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 wo ist sie ne mach ich nicht keine sorge komm hier ich habe nämlich eine andere Idee gönn ihr mal ein komm mal her ich geh da nicht rein da wird eine Falle sein deswegen will ich dann schreien gehen hier nimm mal wir gehen jetzt zurück und warten bis sie da herkommt und dann werfen wir ne oder die stehen okay oder die machen so schau ich glaube hin geh unten durch den Keller fangen sie ab wenn sie kommen meinst du durch den ja wo ich bin okay warte ich soll ich riskieren durchgehen nein erst wenn ich dir das Zeichen gibt oh das waren die Granatenscheiße ist Zeichen ok ja ich höre einfach nicht rein jede Sekunde kann ich rein gehen geh nach unten sag mal rein komm rein hier war eine Falle schnell der hm nicht da reingehen ja du wirst sterben pass auf der hat noch eine Falle mit Sicherheit ich lass dich nicht gehen mein Freund ich lass dich nicht gehen mein Freund e das war unschlau und das war unschlau das war unschlau Ja genau Alter, dein dein Ernst jetzt? Hast du auch Loser Dance? Ja. Okay. Ero-Models. Der Dick, die Ero... Ein Bruder hat auch das Eis-Pack sich gekauft. Der eigentlich lohnt sich, wenn du dir das eine Pack mit 20 Euro kaufst, ne? Also 1999. Du kriegst ja ja noch 2000 Wiebachs dazu. Nein. Doch, klar, wenn du die Aufgaben machst. Da sind Aufgaben bei. Ja, das lohnt sich. Ja, hab ich mit dabei. Dauertelte aber. Ja. Aber da hast du das Geld hier wieder raus, sozusagen. Ja, du musst aber 14-tägliche Herausforderungen machen, um dein Ding zu haben. Ja, gut, aber... Komm, jetzt lass beide schwitzen. Ich will nicht schwitzen. Ich bin langsam müde. Dann musst du Bett gehen. Ja. Okay, jetzt muss ich komm mit. Ich habe die Kiezen hier, aber ich werde es nicht locken, so... wie wir gehen nach Levenburg das war ja hohmodell alle machen den Boden es wurde ich heiße falschen kontrolle Ich komm doch weg! Nah, ich komm hier nur oben auf den Berg drauf. Egal, warte. Sag sofort Bescheid, wenn du Gegner gehst. meine technik ist dann sagt bescheid ich komme auch mal du lachschotter alde finde ich der ja er findet und du bist wieder ich kann nicht weiter leben also da waren zwei aufer kackt das schon auf einmal zwei teams das schon auf einmal Ich bin größer als du. Ich bin größer, ich bin größer, ich bin größer, ich bin größer. Ich bin größer, ich bin größer, ich bin größer. Ich bin größer, ich bin größer, ich bin größer, ich bin größer. Hey, meine, 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 meine. Hast du grad meinen Aim gesehen? Hallo? Ja. Hast du vielleicht ein bisschen MP-Money? Ich hab gar nichts. Ich such's selber gerade. Komm, komm. Dann lass mal Tankstelle rüber. Vielleicht liegt da noch. Alter, chill doch mal. Lass doch erst mal looten. Okay. 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 Ich hab noch einen Taschenriss. Was? Ich hab noch einen Taschenriss. Nice. Komm mal her, hier liegen noch zwei Minis für dich. Äh, ich hab einen Taschenriss. Ähm, ich hab schon 50 Leben. Perfekte Nation, Alter. Guck mal noch nach hinten. Und dann komm mal hat einenƠff zum 향amen, programs. Und dann komm mal, Tankstelle rüften. na, vielleicht sind da unten ja auch noch ein paar rifts. Genau, da sparen wir uns wieder einen. hey lol komm mal zu mir schau mal der baum hier der baum der weisen die bom schiebt einfach in der luft ach egal wenn es die aktive werfe wir sind ja auch noch in der zonen von daher warte und warte 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 doch so jetzt nicht den epischen sieg sehen den holen wir uns ok getäuscht da muss man auch so jacke wer da vorne da lachen blau ja hier klein kann ich mir ein bisschen weil ich habe ein schuss Hä, wo? Bin ich blind? Da. Hier wird nichts. Danke. Hast du das schon mal gehabt? Du hast dir was im Automaten geholt und hinterher hast du es direkt danach aus der Kiste bekommen. Ja. Gibt es da was im Automaten? Noch ein Laus, ja, 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 äh, oh, für 300 Holz und Spaß. 12. Äh. Willst du mich verarschen, Alter? Nein, Spaß, das war nur Spaß. Weil, nämlich, schau. Wo sind die da auch? Ja, genau, weißt du, sowohl billiger sind. Da hinten gab es ja auch genau gleicher Automaten. Du denkst immer so. Willi, Neger? Ein Lutropf, vielleicht ist das was. Wir brauchen noch eine Skar für dich, oder? Ja, ich hab eine... Graue Eier. Wie der vorhin versucht hat, der eine, also ja, Marc, wie der die ganze Zeit versucht hat, die Dings... der Six Layer zu machen. Die Wege, die Dingsdachie, die Dingsdachie, hier steht nur ein hier um die ecke hier es bleibt jemand das war hier hoch auf dem berg denn sie sind da unten wenn ich wüsste von wo der es bleibt nicht schießen wenn du ihn sie sag mir wo er ist ich nehme jetzt ob so kleiner Pico bleibt stehen komm 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 bleibt stehen ja die sind nicht da hinten gleiten welche die sind an dem Ding am Flugposten hinter dir sind die dann am Flugposten sind welche kommen wir sind da reingegangen kommt machen ist das riskant ist aber zu not wir springen einfach die haben da gerade drinnen abgebaut ja 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 man was hast du da auch zu tun mein hier sind überall Gegner zeiten da wieso haben wir das gemacht man das ist abfuck also einfach oben bleiben high ground sichern perfekt nee ihr ihr das die runter soll ich dahin ja riskiert flieg voll rein du machst alles kaputt der schrift könnt hochgehen hat ne warte also wenn man da einfach nur geblieben wenn die wüssten dass ich hier bin alles klar ich überlege aber besser hier es ist einer oder sind zwei in dem anrufen ich auch ich habe ganz Dings Die von unten müssen, glaub ich, predikten Die müssen ja irgendwann hochgehen Da schau Wenn die Zone jetzt genau noch bei mir ist Beste, da mach ich epische Mit Ansagen, Kappa Ich lass die laufen und danach lauf ich Er versucht mit Jumpies machen die und das war einer Ja, aber schau mal wie viele Metz ich noch hab Was hast du denn? Hä? Hast du ihn? Ja Hä? Ich weiß nicht, sehe ich es grad nicht, wenn ich grad nicht da bin Und ich bin tot Das habe ich wiederum gewinnen Das ist immer mein Glück Na egal Er hatte ich einfach weggeballert Hm? Ich hab' geballert Ich hab' geballert Ich hab' geballert Ich hab' geballert geballert Ich hab' geballert Ich hab' geballert Und ich hab' geballert Da momen Das war das Du hast wenigstens gewonnen Habt ihr wenigstens gewonnen Du hast doch zu mir gesagt Hat's geschmeckt Jo Ah ich muss Einfach und spiel ich noch und dann muss ich auf Warum musst du dann auch Da hat meine Mutter gedacht Weil ich morgen um 11 Uhr aufstehen muss Ey wie alt bist du denn? 12 Wie alt? 12 Achso ok Eigentlich ist es länger Aber weil ich morgen halt um 12 Uhr aufstehen Weil ich mit meinem Onkel meinen Controller umtauschend fahre Ich höre kein Wort Ist leise Ja weil ich morgen halt um 11 Uhr aufstehen muss Weil ich mit meinem Onkel meinen Controller umtauschend fahre Deswegen muss ich jetzt nicht ausmachen Wie bitte? Ja egal Das ist so gut wie geil Ja egal Oh Ja Ich bin schade dass das Kind wieder da ist Ich bin tot, habe keine Wache gehabt. 1HP hast du. 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 1HP hast du.